Funktionelles Training. Der Begriff ist dir garantiert schon mal begegnet, wenn du dich mit Fitness und Bewegung auseinandersetzt. Was genau sich dahinter verbirgt und was die riesen Vorteile davon sind, erfährst du nach dem Intro. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zurück auf meinem Kanal. Wenn du funktionell, also sprich ganzheitlich trainierst, steigerst du nicht nur deine Leistung, sondern verbesserst auch gleichzeitig deine Flexibilität, deine Ausdauer, deine Stabilität, vor allen Dingen im Korbbereich und dein Gleichgewicht, aber auch deine Schnell- und Maximalkraft. Bei dieser Art von Training werden mehrere Muskeln bzw. Muskelgruppen gleichzeitig beansprucht und genau hier liegt der Riesenvorteil zum konventionellen Krafttraining an Geräten, wo die Maschine eine geführte Bewegung übernimmt und du meistens nur einen Muskel gezielt aktivierst. Zu Beginn trainierst du mit deinem eigenen Körpergewicht. Wenn du dann fortgeschrittener bist, kannst du diverse Hilfsmittel wie Resistance Bender, Kurz- oder Langhandeln, Sling-Trainer, Dippern oder Gymnastikbälle in deinen Übungsplan integrieren, damit du immer wieder neue Trainingsreize setzt und auf diese Weise Progression erzielst. Funktionelles Training ist sehr effizient. Egal ob du Muskeln aufbauen oder Fett abbauen willst. Es eignet sich sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene und kann somit in jedem Alter ausgeübt werden. Du kannst deinen Trainingsplan individuell auf deine Konstitution anpassen. Was ganz wichtig ist an der Stelle, wenn du bereits Beschwerden oder Vorerkrankungen hast, dann halte bitte vorher Rücksprache mit Arzt, Physiotherapeuten oder Heilpraktiker, bevor du mit dem Training beginnst. Dadurch, dass du vor allem mit komplexen Übungen die großen Muskelgruppen trainierst und viele Muskeln gleichzeitig beanspruchst, reichen schon 2-3 Mal die Woche so 45 Minuten aus, damit du sichtbare Erfolge verbuchst. Mit Hilfe von funktionellen Training kannst du sogar körperliche Disbalancen ausgleichen und dein Verletzungsrisiko reduzieren. Dabei stehen dir eine Vielzahl von Übungen zur Verfügung, sodass dein Training nie langweilig wird, sondern du es immer sehr abwechslungsreich und vielseitig gestalten kannst. Deshalb möchte ich dir mit diesem Video eine kleine Serie näher bringen, wo ich die wichtigsten funktionellen Übungen wie Liegestütz, Kniebeugen, Kreuzheben, Ausfallschritte oder Rudern erkläre, sodass du dein Training bestmöglich optimieren kannst und noch schnellere und sichtbare Erfolge erzielst. Die wichtigsten funktionellen Übungen stammen übrigens aus dem Yoga. Das sind nämlich die sogenannten Asanas. Der Begriff kommt aus dem Sanskrit und bedeutet so viel wie Körperstellung oder Körperhaltung. Und diese Asanas, die wirken immer auf drei verschiedenen Ebenen, nämlich auf physischer, körperlicher Ebene, auf mentaler, geistiger Ebene und auch auf energetischer Ebene. Im Yoga gehen wir nämlich davon aus, dass wir nicht nur aus unserem physischen, also sichtbaren Körper bestehen, sondern auch aus einem Astralkörper bzw. Energiekörper sowie einem Kausalkörper. Und im Energiekörper wiederum befinden sich zum einen die Chakras, unsere Energiezentren, den Begriff hast du bestimmt schon mal gehört, und zum anderen die Energiekanäle, die Nadis. Je länger wir eine Asana halten, umso stärker wirkt sie mental und energetisch. Aber keine Sorge, falls dir das jetzt zu esoterisch erscheint, das Hauptaugenmerk richtet sich trotzdem auf den physischen Körper, denn ich denke mal, dass es dich eher interessiert, mit welcher Übung du welche Zielmuskulatur erreichst. Und in dem Zusammenhang werde ich auch auf die wichtigsten Wirkungen eingehen und dir verschiedene Variationen sowohl für Einsteiger als auch für Fortgeschrittene zeigen, sodass diese Videoreihe quasi die Basis für die späteren Workouts sein wird. In denen werde ich dann die Techniken und Wirkungen nicht noch mal genauer erläutern, denn das würde sonst den Rahmen sprengen und auch so den Flow unterbrechen. Wenn du irgendwelche speziellen Wünsche hast, wo du sagst, ich möchte die und die Übung genauer erklärt bekommen, dann schreib mir das unbedingt in die Kommentare. Ansonsten werde ich demnächst das erste Übungsvideo hochladen und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du wieder mit am Start bist. Also, alles Liebe, bis dahin, deine Fanny.